Korra, ma hau, Korra, ma hau, Korra, ma hau, ja, da kommt halt so ein Typ, weißt du, und er meint, er könnte mir mal so richtig schön, richtig schön in die Fresse reinhauen, verstehst du, aber ich lasse ihn nicht mit mir machen, verstehst du das? Ich hau dem selber mal eine rein, ja, was mach ich, ich hau dem selber eine rein, und dann hau ich dir auch noch eine rein, und deinen Freunden auch. Aber ich meine, im Endeffekt macht das mir keinen Spaß zu üben, ne, ich will welche kaputt hauen, nix üben, ne. Ja, weißt du, das ist auch nicht das erste Mal gewesen, dass ich einen so fertig gemacht hab. Ich weiß nicht, ob du schon mal gekämpft hast, aber ich mach das eigentlich ganz gerne, mit den Fäusten, weißt du, und auch mit meinem Finger.